Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Dieses Mal spiele ich das Spiel Cooksurf Delicious 3. Es ist am 29.01.2020 bei Steam erschienen und wie immer habe ich schon ein bisschen angespielt. So. Und ich wollte euch das Spiel gerne mal vorstellen. Okay. Ich beginne einen neuen Tag. Suche mir hier eine Strecke aus. Ich kann auch momentan nur A spielen, die anderen sind noch. Gesperrt. Und dann gehe ich in den Standardmodus. Bevor wir starten, müssen wir uns hier ein Menü zusammenstellen. Tja. Welches machen wir denn hier? Und schon los. Okay. Dann nehmen wir das, das und das. Und dann beginnen wir unseren Tag. Also Aufgabe ist, schnell Gerichte zusammenzustellen. Wir fahren von einer Stelle zur nächsten, wo dann unsere Kunden auf ihr Essen warten. Und während der Fahrt kann ich hier schon ein bisschen Essen vorbereiten. So. Hier klicke ich die Zutaten durch. Sagt, dass es losgehen soll. Hiervon noch ein paar. Ab in die Fritteuse. Enter. Und machst ein paar Churros. Okay. Hier kommt auch schon die erste Bestellung. Was sind das? Krebsbeine? Krabbenbeine? Keine Ahnung, wie man die nennt. Ah, hier könnte ich ja schon mal was vorbereiten. Hähnchen. Hähnchen sind immer beliebt. Hier noch. Perverses Toast. Perverses Toast. Okay. Warm halten. Sobald die fertig sind, können wir die warm halten. Wenn es abgelaufen ist, dann muss man die Sachen wegschmeißen und neue herrichten. Okay. Hier oben haben wir schon mal ein bisschen was voll. Der hier ist noch nicht fertig. Und jetzt sollten auch die ersten Gäste kommen. Und die dürfen wir jetzt hier schön bedienen. Mit allem, was wir schon haben. So. Churros. Ab in die... rein. So. Der kriegt noch was. So. Der kriegt auch sein Leckerchen. Weiß man nicht, ob die jetzt wirklich gebraucht werden. So. Churros sind auch so gut wie fertig. Zack, 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 zack. Okay. Da muss ich noch mal eins machen. Der arme. Der einzige, der keine Churros kriegt. Du, 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 du. Ja, los geht's. Okay. Ja, die packe ich hier weg. Die packe ich eigentlich auch weg. Die sind alt. Da gibt's neue. Die halten sich auch, Gott sei Dank, ein bisschen länger. Die Hähnchenstücke. Die Hähnchenstücke. Und... ja... Komm, noch mal Hähnchen. So. Zack, zack, zack. Ist schon ein bisschen stressig, das Spiel. Macht aber Spaß. So. So. Hier legen wir nach. Churros. Einfach Churros. Irgendwas muss ich allein packen. So. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet, aber hier wird mir angezeigt, wann ich ankomme. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich nehm's einfach mal mit. Die sind warm gehalten. Reicht das noch? Ja, das sollte mal reichen. So, da sind wir schon. Hier, schnell. Happy, happy. Happy, happy. Hähnchen. Was brauchen wir noch? Churros. Können wir noch abgeben? Das können wir noch abgeben. So. Ich mach noch mal ein paar Hähnchen nach. Die sollten nämlich nicht reichen, so wie es aussieht. Oder doch? Oder doch? Churros. 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 Ach, jaja. Churros. Ach, das war jetzt falsch. die müssen noch ein bisschen warten okay was mache ich hier schon mal rein und nichts ich erst wenn es losgeht was heißt das noch mal ach das war's schon ok silber hatte ich schon weiß nicht ob mir das was gebracht hat 72 dollar zwar nicht zufriedener eine unzufriedene technik oder was das wo ich jetzt schon öfters gespielt habe so ganz habe ich noch nicht raus was jetzt hier alles wichtig ist hat sich hier das heißt denn hier exit ich würde gerne das hier machen die scheint irgendwie sind die soll jetzt fehlt mir irgendwas nehmen wir mal ein chill modus ok ich schaue die einfach mal so durch 2 points needed ok ich weiß jetzt gar nicht müssen wir den hier weg machen dann brauche ich drei punkte auch practice kaufen wir den ja packen wir da rein so da brauchen wir noch was das reicht nicht hier ja ich will ja was anderes nehmen und dann nehmen wir hier diese packen dazu ein punkt fehlt noch also kimchi gedönse weg die kaufen auch noch was haben wir eigentlich alles okay fast alles neue gerichte die ich noch nicht gespielt habe ich bin gespannt so mal immer zwischendurch als mich lecker 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 der ähnliche leckerer schön mit oder guter butter warm halten und die können wir jetzt schon wegschmeißen aber wer war denn da so unzufrieden ist jetzt wird es wieder hektisch nein da ist alles gut die brownies ok den weg den weg den weg die kammer alle so ok da muss ich noch was zusätzlich machen habe ich gesehen der brauchte noch eine glasur oder so der dumm hat ja ja ich mache es mal beim nächsten mal besser als zumindest versuche ich es ja dann machen wir den hier noch noch so ein donut so nochmal den das war es dann was heißt das denn hier da habe ich jetzt okay also war schon mal richtig denn das war jetzt ein perfekter stop so die brownies können eigentlich weg gebe ich mir für gleich auf hier können wir noch mal den hier machen warm halten so im großen ganzen sieht das schon ganz gut aus das war zu früh schon wieder kein perfekten stopp jetzt hingelegt das ist schade aber so schnell geht es bei dem spiel mach ich besser noch mal ein paar brownies so ok und hähnchen hähnchen noch mal noch ein schoko ok das war ja wieder nicht so perfekt silber metal award ok ja cool danke danke ja level 3 und ich bin noch was dazu bekommen was auch immer da sind wir wieder am start und ich hätte jetzt die möglichkeit da loszulegen mache ich jetzt nicht ich schaue noch mal kurz hier food review trinkets ok haben wir noch nicht essenskatalog ja dann bleibe ich erst mal dabei ich hoffe dir hat das video spaß gemacht schön dass du überhaupt dran geblieben bist bis zum ende und wenn es dir wirklich gefallen hat dann lass doch bitte einen daumen hoch abonniere vielleicht noch meinen kanal und schaue am besten auch noch beim nächsten video rein wenn ich wieder online mit einem video an start käme in diesem sinne bis zum nächsten mal und tschüss